hallo liebe freunde von süßen und hier sind wir wieder bei mal ich spiel doch was hier in centrock und die gibt es kein süßen sondern kann ich alles haben dafür eine andere interessante sachen schiepaste und mapo tofu ich weiß nicht so hier war alles abgefrühstückt und hoppel mal wieder zurück in unser trautes heim ich würde hier noch drei stockwerke drauf wie sieht das aus ein bisschen höher als die die alpen da hinten weil ich lieber noch mal in die seite oder so ja gut wenn wir noch kohle haben können wir uns aber ausbreiten dann machen wir die ganzen geräte weg und machen hier noch mal einen seitenflügel für die für das sauna und pool muss ja auch mal sein so was gibt es ja gar nicht jetzt haben wir eine luxus schweig wird ja so was nicht gibt es ist ein bisschen unrecht naja gut schaltkreise ja da fehlt uns auch noch mal segelturm und mal gucken da fehlt uns noch und jute 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 ich habe das leder können wir noch mal machen maximal 4 ok es ist auch nicht so die riesenmenge aber naja so segelturm gibt nur vier bräuchten noch minute und da kann man so dann eher nichts machen naja so sieht es sonst aus ihr brauchen noch eine stöckchen und sie ihre pfangen lasst mich durch ich bin handwerker übersteht hier einem weg so hier mal die drei teflon pfangen selber geschmiedet sehr schön das da wäre nemo so ein dünger ist auch fertig so was haben wir hier versteinertes holz kohlenstoff und kupferdraht haben wir auch wunderbar liegt wieder staub so und dann dafür sehr gut ein gutes geschenk für in sie glaube ich oder sandfisch von die stehen wir die professionelle gibt mehr punkte vermutlich zu machen könnte ich noch mal herstellen machen wir das sicherheitshalber mal geht weg was da können wir nichts mehr machen da haben wir okay das haben wir alles benutzt gut 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 die könnten wir machen zwar wir brauchen mehr schaltkreise zwei kann man machen die machen wir brauchen sowieso so oder so ja das kommt noch zusammen wir haben hier neun tage zeit ja herr gott das ist ja nicht das problem das kriegen schon hin so so mein freund ich würde alles weggefressen hier jetzt haben wir hier wieder ein bisschen kartoffeln bitteschön und dann vorrat mal wieder aufgefüllt hier wo sind die hühner hier hallo geht die ab ja ja sieht mein groß an ok die brauchen sorden nicht wie die pilze gefressen hier alle asimak tomaten auf jeden fall wüsten pilze kartoffeln nicht das ist ja fast genau in den ja das essenstablett da rein wüsten pilze mögen eigentlich alle bis auf ja noodles so eher so geht so interessant kastanien mal kennen jetzt liebe ok sandbeere wissen wir noch nicht gut da muss er noch dran da hat er noch dran zu knabbern aber probiert es ja wahrscheinlich gerade ja du angeber wir haben es gehört ja ja ist dein job einmal krähen und dann was war es dann irgendwie so spezieller aus als das das wissen wir natürlich nicht der auch tomaten mag da habe ich hier noch kein symbol aber gut wie sieht es hier aus alle sind glücklich rost wächst noch das glück wächst noch wollen wir das mal hoffen 36 prozent was ist denn los mit dem essen gefällt ihm hier nicht ich krähte deshalb so viel naja was machst du denn da jetzt sag mal wie geht das komplizierter ist nicht möglich gewesen auf die grüne kaktus zu stehen das ist ja da war mal ein bildschirm foto von so sehr schön so da hinten waren wir schon gut dann können wir wieder ein bisschen was ausliefern dann haben wir das auch geschafft das habe ich hier sehr schöne ausbeuteln sehr gut auch du bist du mabel haben es ja nicht weit ihm ist eigentlich direkt wieder rumstehen kommt mir direkt die pfanne an den kopf werfen und dann sie hinterher ich bin schnell als du so was gibt es essen die pfanne für dich das reicht völlig aus so sehr schön wo sind sie jetzt für ein paar möbel braucht ein paar schränke ich kann euch achter ist hier ich habe schon ein kanzler beagle gespielt hier das ist eine spannende runde lasst uns bald wieder spielen ja so und dann muss auch das haben wir ausgeliefert sehr schön dann können wir als als bald mal uns wieder in die medien aufmachen wenn wir noch genug die wir hier erkunden können und wollen die maschinen auf die erde selber vor sich hin diese kaktus stört hier kurz vorbeischauen oder noch ein bisschen was abstauben können ja ja schlaft mich weiter ignoriert uns einfach so hier war noch ein bisschen granit ok sehr schön dieser kann mir auch noch mitnehmen das ist gefährlich hier so neblige basse ja das haben wir auch springen hier irgendwelche komischen fuzzis hier rum da unten na gut dann zeigen wir denen mal was wir jetzt können mit unseren neuen messern jihau auf sie das war es danke für die chromstallstangen jungs so nochmal nebel hier links guck mich hier rum weise so an für mich beobachtet hier war ja sonst nix ne da ist noch dieser pilz drin hallo äh mh dem zu wohl beseitigen noch einer aber wir haben ja eben auch zwei geschafft jops so weg die messerchen erledigt oh wir haben segeltuch bekommen oh da kann ich gut gebrauchen hat die maschine hier nicht funktioniert hier könnte man den gang setzen so hier haben wir noch mal granit sehr schön hier nehmen wir mal mit klopp klopp wo werden denn hier die schatztruhen hier angezeigt da oben oder was hier unten sehe ich nix oder das ist ja nur genau das ist eigentlich der übliche schrott was ist hier ach guck mal an hier ist so eine nebenhöhle also dass die die oft entzündet ist aber hier ist ein schatz drin ein schwerkraftmotor zweimal okay hey ja kann man hier was abbauen das wäre eine komische Höhle aha wer entdeckt doch immer wieder was neues also wer hätte jetzt gedacht dass hier eine Höhle ist ha die ist so eng da kommen nicht mehr Blümchen durch ja du hast du was zugelegt ich habe es ja gesagt die vielen sandbären die machen dick viel zucker drin interessant irgendwo ist da noch eine dann vielleicht oben benutzt die leiter das hört sich aber auch an ach guck mal an hier ist ja auch noch was jo wo ist das des ähm hä meisterwerk cartoon schurke ähm ja was ist das denn schon oh gold ein ein was ist das wieder für ein abstruses bild 23 lebenspunkte dieses gemälde das mit einer exquisiten technik gemalt wurde stammt von einer berühmten mana aus der alten welt selbst der lauf der zeit kann die schönheit des bildes nicht überdecken die tiefe bedeutung des bildes rührt die menschen auf zu tränen ok ja ähm da bin ich auch mal sehr gespannt was das nachher für ein quatsch ist so komme ich jetzt hier runter ohne die gräten zu brechen gibt ja doch fallschaden sind diese leiter hier aaaa ok das geht auch so äh das habe ich so geplant äh blümchen ich wollte eigentlich auf deinem sattel landen natürlich wir sind echter cowboy macht ja er muss auch treffen so super ziel irgendwo diese komische rummeisen hier haben wir ein bisschen illuminium schraubsttuch nehmen wir mit so ein granit haben wir auf jeden fall da oben ist aber ein schatz tun wir nicht angezeigt so sonst sie da ist nochmal granit da unten das ist nichts lohnenswertes ansonsten habe ich nochmal schnell mit 3L und da unten kommen wir nochmal mit Pilzen tanzen wenn wir wollen schmopp hier und hier haben wir auch nochmal gerät kompromissional hier ich bin doch nur hier am abbauen mensch geh weg mitgekriegt so schnell wie das ist hier du auch heute 30 frei ist für einen an jetzt haben wir auf diese angeber wo du zwei neue kochmesser hast du es nicht übertreiben so wo waren stehen geblieben so zack so das haben wir auch das ist hier nur so ja pfefferbaum da haben wir wieder pfeffer bekommen und hart holz obwohl das zeug gar nicht so danach aussieht diese dünnen striche hier dass überhaupt holz ist was haben wir hier noch mit diesem fass hier klingt hier so komisch auch das kann man eigentlich kaputt machen da war dörrfleisch drin hier ist ja noch eine schatztruhe ist dann heute los ist ja mein schatz suchtag ist heute happy piraten day oder was bernstein anhänger ok ist hier ein ding so jetzt haben wir hier nochmal schwefel blümchen und dann machen wir uns ab nach hause fropp fropp so haben wir hier genug geräubert da haben wir heute echt glück gehabt wir hängen jetzt hier aber fest an diesem blöden träger da wo diese truhe drauf war so kommen wir hier oben eigentlich auch weiter hier drauf so hier klettern wasserfrühne bergziegel bevor ich das umschulen lassen blümchen spider camel du schaffst es ok interessante perspektive aber doch ein bisschen wir brauchen wir anlauf uah schade das darf ich noch drauf nach oben geschafft irgendwie ok ich würde hier nur mal wenden und dann mit anlauf da hoch aber dieser überhang hier ne gut geht nicht dann äh haben wir uns da irgendwie nicht so gut ausgedacht dann nehmen wir den konventionellen weg dann ebenso die normalen bürger ist langweilig aber gut tschüss ihr humeisen so hier sind noch ein typ haben wir vergessen eben ganz gerne nachlaufen wir haben trotzdem ab fangen ihn vielleicht die die hirien das wird ein weißes ding der umacht der mond oh äh die hirien sind alle wach können wir noch den bus nehmen oder ist schon der oder busfahrer schon gefressen von den hirien ok das ui 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 oh mein gott ich hoffe die hirien habe ich nicht aufgefressen mitten im in ja was flattermann reif das sind meldungen flattermann reif äh ja wie sieht es aus wie auch keine dicken augenringe das sieht ja so schön abdeckcreme genommen ok sieht ja aus jetzt nicht mitgerechnet komm wir gehen mal hier runter wir haben ja die ganzen türen also da fällt mir gerade ein ich könnte ja dieses tolle neue bild hier mal aufhängen das wir bekommen haben diese grandiose zeichnung wofür haben sie denn so und dann gucken wir mal wie flattermann gereift ist also flattermann reif so ne frucht immer noch mal ein bernstein hat mir gekriegt hier cool so mal sehen so what jetzt im ernst das ist jetzt dieses grandiose kunstwerk was habe ich in der ersten klasse gemalt okay gut meisterwerk cartoon schurke das ist ein witz oder ja naja gut gibt 83 punkte ja das ist auch irgendwie lustig so guck mal was unser riesen kaninchen jetzt hier wurde das ist doppelt so groß kann ich drauf reiten sag mal was ist denn das mein gott äh hallo das ist ja was größer als ich hallo und jetzt hat es zum ersten ein ei gelegt ein osterei nein was ist das heines haar das habe ich zwar auch aber ich nehme ja auch spezielles shampoo dafür was ist das ist ja du grüne neune jo ihr zwei könnt euch eine scheibe von abschneiden alter falter seid doch alle glücklich okay henni ist ein bisschen wenige happy komm da wirst du als erste gestreicht so lass hier von lass dich von horst nicht nerven hier der futtert hier fleißig aber neun keine neuen erkenntnisse der müsste jetzt eigentlich die tomate probieren wie das aussieht oder Pilze kann man eh immer dazu tun die mögen sie ja auch so Horst wo der ist jetzt am fressen gut dann stören wir jetzt nicht weiter äh das ist ja ein riesen kaninchen ein bisschen gruselig ja Horst aha das war das zeichen du hast zu ende gefressen oder was pf okay jo jetzt die größten haufen sind hier wenn du nutzt so da haben wir aber auch äh ein riesen flattermann muss man sagen es gibt da so große lieferänderchen ne gibt da wirklich größer als ein schäferhund irgendwie so apropos wow 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 tun wir das genug ressourcen gesammelt hier du kannst mal wieder ein bisschen wasser nach wasser suchen ja drüben barocki zum beispiel und kochou kommt auch angeflattert höh 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 so auch ein braves äulchen bis natürlich auch gestreichert und den hühner auch gestreichert alle gefiederten freunde wird gestreichelt und Gruselkaninchen auch. So, nachdem unser Monster-Baby jetzt da so ausgewachsen ist. Was ist denn hier aus? Äh. Braucht noch ein bisschen. Naja, du brauchst wieder was zu essen, ne? Kastanie ist nicht so deins anscheinend. Hm. Aber ich muss sie ja mal probieren. Weiß ja nicht, ob ich sie nicht mag. Sonst frisst er uns wahrscheinlich nachts alle heimlichen Schlaf auf. Ich weiß es nicht. Sandbeeren mag auf jeden Fall. Ja, also das wäre ja okay. Tomaten, Wüstenpilze, Sandbeeren, die können wir sowieso immer beschaffen. Tomaten müssen wir anbauen, aber wir haben noch 72. Äh, ist gut, wenn dann keine Kartoffeln mag und Kastanien, ja. Das wissen wir jetzt noch nicht. Dann warte ich hier nochmal, bevor ich mir was Neues zu futtern gebe. Ja, Hasi. Aha, okay. Wunderbar. So, was haben wir denn hier Schönes? Ähm. Moment. Heute Mittwoch? Oh, Kundschaft ist da. Ach, du je. Hallo, fangen. Lang nicht mehr. Mapo Tofu. Äh, b-b-b-gesehen. Ja. Äh, Mapo Tofu. Bitteschön. 100 Goals. Danke. Dinner. Mmh. Ahm, der ist ein Lecker. Äh, wo ist den X überhaupt? Der Bauchredner? Hallo? Danke für das Gespräch. War wieder sehr... Ich muss neue Medikamente entwickeln, um neue Krankheiten zu bekämpfen. Okay, macht was. Aber hier ist eigentlich überhaupt niemand krank. Weißegal. Komm, hier ist doch mal Steckrübe oder so. Genau. Wo ist jetzt X? Ist der nicht auf der Karte nun? Nö. Also, der hat zwar durch ihn gesprochen, der ist auch besessen. Ich weiß es nicht. Ähm. Ja, holt sich hier seine Portion. Bitteschön eigentlich die Kantine hier von dem... Ach, oh, oh. Koko ist das. Die Kantine hier von dem Ort hier, oder was? So, Sandwurm, Skorpione, Zweiwasser. Sehr schön. Können wir die Blümchen wieder gießen. So, unser Nasenkaktus hier. Was braucht der? Nichts. Gut, der ist gelübsam. Das ist der Wahnsinn. Süßkartoffelpaprika. Okay, nie will. Dünger. Und, ich denke mal, die braucht auch Wasser. Ja. Und du willst nichts. Und du... Du brauchst aber eigentlich auch nichts. Nee, aber die hier sind wieder... Ja. Kaffee und Tee ist fertig. Sehr schön. Das braucht... Und das wird heute auch noch fertig. Okay, und der hier? Der braucht noch den ganzen Tag. Achtung. Leute, Leute. Gut, dann müssen wir eigentlich noch mal wieder was Neues anpflanzen. Aber ich wollte eigentlich, bevor ich hier Fang aus dem Augenwinkel gesehen habe, mal gucken, was gibt es hier Neues. Segelt Gusseisenrohre. In Selten auch noch. Halleluja. Okay. Und das ist bei dem los. Wofür braucht ihr solche Rohre? Kalksteinziegel. Schon wieder? Ja, na, so ein Kaktus können wir noch nicht liefern. Kalksteinziegel. Kalkstein ist immer so ein bisschen schwierig. Da kriegt man nicht so viel, wie man bräuchte. Wie können wir denn machen maximal? Ja, das ginge schon. So, elf, dann sind sie weg. Komm, dann machen wir das. Mehr haben wir da nicht. So, wenn jetzt noch einer kommt mit irgendwas mit Kalk, dann habe ich Pech gehabt. 1400 ist ja gar nicht mehr so schlecht. So, Gusseisenrohre ist auch ein Ding. Aber gut, ja. In Selten. Hm. Wohnt sich da ein Aufwand? Die nochmal dann zu boosten. Gut. Wir kriegen ganz relativ gute Beziehungspunkte. Experience und Goals. Ist gar nicht so schlecht. Hm. Was haben wir denn davon? Wenn wir mal bei Pablo. Was kriegt man denn bei dem für Rabatte? Was ist eigentlich bei dem? Ah ja, da gibt es gar nichts. Okay. Ach, Morten, mein ganzes Geld. Lebt der überhaupt noch? Auch schon lange nicht mehr. So, Pablo. Da gibt es eigentlich nichts. Der versteckt nur gar... Ah, so. Ich glaube, bei denen gibt es nochmal Rabatt vielleicht oder sowas. Hm. Dann brauchen wir das ja nicht unbedingt. Guck mal, da sind wir noch bei Jasmine weiter. Da können wir mal einen Rabatt beim Abo kriegen oder sowas. Oder noch zusätzliche Zeitschrift. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Unschuhe haben wir auch schon alles. Der gibt uns fünf Verteidigungspunkte dazu. Arvio, da müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber der hat überhaupt keine Aufträge. Der hat früher auch ein bisschen mehr gemacht. Los mit dem. Guss-Eisen-Rohr, naja. Nee, verstanden. Holzstöcke brauche ich keiner. Guss-Eisen-Stange. Vielleicht die an dem oder an dem. Guss-Eisen-Rohr. Ja, brauchen wir nur Stahl für. Hm. Könnte schon mal machen. Dann müssen wir die einmal veredeln und dann war es das eigentlich. Gut, dann machen wir das. Auch nochmal 1400. Why not. Fröpp. Das geht ja relativ schnell. So. Jetzt hier aus. Da haben wir wieder ein bisschen was dazugewonnen. Oh, wir sind ja bald wieder auf Stufe 43. Uiuiui. War ja gar nicht mit gerechnet. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Sinnloses? Ja, okay. Hier haben wir noch Kaffee. Kranksteinssiegel 3. Äh, gut. Oh, Moment. Ah, das Bett kommt man eigentlich auch ins Museum bringen. Dann wäre man das los. Ha. Und hätten da nochmal einen Punkt. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. So. Ups. Weg damit. So. Aber erstmal, wir haben ja noch was zum Ausliefern. Das können wir ausliefern. Das noch nicht. Und das. Die sind noch nicht fertig. Also eigentlich erstmal nur das hier. Können wir ausliefern. Okay. Der Rest braucht noch. Vier Minuten. Das ist auch natürlich länger. Okay. Na gut. Ist nicht so tragisch. So. Dann wollen wir das mal schnell wegbringen hier. Blümchen. Aus der Weg. So. Und da unser Hase jetzt ja ausgewachsen ist. Müsst du mal gucken, wie wir ihn jetzt nennen. Dann mache ich vielleicht mal eine Abstimmung. So. Kann man ja verschiedenste Möglichkeiten nehmen. So. Harvey zum Beispiel. Wie aus dem bekannten Boulevardstück. Mein Freund Harvey. Oder Frank aus Donnie Darko. Oder Bugs. Ganz altmodisch. Hallo. Hier sind deine Holmsteckchen. Da sind wir damit vorerst. Schankedöns. 14 Minuten. Gar nicht mehr so schlecht. Jut. Hä? Hä? Er hat doch eben Nemo gebellt. Hä? Wie? Bist du hier unter dem Tisch? Nemo? Drei Fuß! Hä? Denkt immer noch unser Bild, oder? Juki. Ähm. War das hier draußen, oder was? Ne. Hör mal hier. Hier irgendwo. Hä? Nemo, glaubst du hier gerade die Steaks aus der Küche, oder was? Das ist ja... Interessant. Wurdelt da hier oben irgendwas aus, bei Ohren. Komisch. Merkwürdig. Wie man die... Wie man schon mal hört. Ist der hier draußen irgendwo? Ich hab's von innen gehört? Ich hab's von innen gehört. Äh? Keine Ahnung. Und schon hast du meinen Hund gesehen. Du guckst ja nur auf Steinen. Ich weiß es. Hast du schon mal versucht, den Sonnenuntergang zu beobachten, Fred? Das ist schön. Ja, das lassen wir mal so stehen. Catch you later. Um diesen Moment nicht kaputt zu machen. Das... Ja. Äh, ja. Okay. Haben wir das auch? Ups. So, dann war's das wieder. Dann fangen wir aber trotzdem an, hier uns nochmal vorzubereiten. Äh, Vivi will irgendwas. Ist mir nur irgendwas. Hm. Da bin ich jetzt gerade nicht so motiviert, da was zu machen. So, wir gehen nochmal in die Maulwursthöhlen. Da müsstest du nämlich auch weiter buddeln. Einmal Maulwürfe, bitte. Danke. Tschüssi. Ups. So, da sind wir hier wieder. Lange nicht mehr hier gewesen. So, die jene da pennt. Ähm, auch schon mal hier draußen sind, können wir noch ein bisschen Spinal mitnehmen. Ups. So, hier mal noch Kalk da hinten. So, irgendwas. Vorsicht, das... Nö, nutze ich eigentlich nicht, sich mit dem anzulegen. Überwacht eh nichts Besonderes. Wenn da eine Schatztruhe wäre, weiß ich was anderes. Prost, den Weg durchstachelt hier. Flupp. So. Hier haben wir nochmal ein bisschen Granit. So. Schrapp, schrapp, das nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir mal in die Miene. Mal sehen, wo die Maulwürfe ihren Vorrat versteckt haben. Kommen wir nicht rein. Hä? So, jetzt. So, ein bisschen, äh... Ja, picket nicht. So, kaufen. Ja, wir müssen wieder Geld ausgeben. Na, wir haben ja eben was verdient. Ist ja jetzt nicht so schlimm. So, 52 Minuten später. Hier sind wir wieder. Und buddeln uns hier durch die Maulwursthöhlen. So. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann buddeln wir uns bis unten durch. Und gucken wir mal, was wir hier für Relikte und Schätze finden. Oder irgendwelche alten, vergessenen Maulwurstprinzessinnen. Oder wer weiß. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und, äh... Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.